allöchen zusammen herzlich willkommen zurück zu ikaros eine weitere folge jetzt gucke ich natürlich mal hier ein bisschen war das nicht nur stufe und dann drehen nein 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 jetzt nicht nehmen muss doch tatsächlich hatte machen wir das mal so muss da mal ein bisschen runter da hinten da hinten das ist eigentlich ganz gut aus ja mal kurz darüber ok da ist noch mal kupfer da ist noch mal kupfer das eisen weiss gar nicht ist da unten irgendwas ich habe keine ahnung ist da irgendwas ich sehe das nicht wie viele kupfer habe ich dann vielleicht reicht das sogar schon aus weil ich sehe das jetzt von hier oben nicht so ganz ob da unten was ist oder ob es einfach nur ein riesen loch ist will er jetzt auch nicht runterfallen nein willkommen in meiner welt da unten ist noch kupfer frage beantwortet guck mal ganz viel treibholz wie gut gibt es hier noch den button befreien ich werde schon so oft das ist alles aluminium das brauche ich jetzt überhaupt nicht aber sehr tief ja guck mal da oben sehe ich okay alles klar so befreien non unstuck location found would you like to get the closest respawn pot was no unstuck loka was would you like to go to the closet respawn ok was passiert denn da mit mir ich weiß es nicht ich will aber nicht zum respawn zum hotsporn close it was was gut ich komme auch nicht anders hier raus männern weil weiß es nicht was passiert wenn ich jetzt das habe ich noch nicht gehabt und zwar befreien drücken und dann war ich oben und wieder etwas geändert was ich jetzt gesehen habe ok ok ich probier es augen zu und durch ich gehe also es gibt also die 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 sind die sind die die Da macht ihr was mit mir mit, wa? Ich hab noch alles in den Inventar, ne? Ja, hab ich noch alles drin. Okay, gut. Komm, weiter. Vielleicht ist es auch das Kupfer, was ich brauch. Vielleicht bin ich den auch mit der Munition durch. 75 Fisch. Alter, 75 Fisch fangen. Da hab ich mir schon was zu tun, ne? Okay. Ich bin auch blöd. Ich hab meine Flasche hier noch drin. Ah. Mhm. Das bin ich. Das bin ich. Ich bin schuldig. Ich bekenne mich. Ganz viele Wölfe hier. Hallo. Ich flitz mal gleich vorbei, ja? Okay. Oder auch nicht. Ich bin halt nicht. Ups. Ja. Besser ist, wenn man stehen bleibt, ne? Jetzt muss ich mal kurz da reingucken, ne? Ich glaub... Tatsache, da ist alles drin. Okay. Also nach dem Neueinlocken... ... ist es nicht wieder resettet. Okay. Perfekt. Boah, was für ein Sturm hier, ey. Ein Sturm, ein Sturm, ein Sturm. Hilfe! Ich bin da Bin zurück, wenn noch Noch jemand zu Hause? Nein, alles klar Dann lass uns mal hier Geschwindet Kupfer machen Gell, wir müssen jetzt mal das Kupfer machen Jo Wer sieht's denn hier aus? Oh, da ist noch einiges zu schaffen Da ist noch einiges zu tun Gut Gut, kein Problem Ja Ja Hab ich, hab ich Na ja, warte mal, bis der Sturm da draußen vorbei ist Na Ja, hier dauert's auch noch ein bisschen Bis das gut durch ist Ähm Schießpulver ist auf jeden Fall mal durch So, warte mal Reicht das Schießpulver für 120 Rot Gebe ich mal ein Boah, da brauche ich 600 Schießpulver 600 Schießpulver Da muss ich aber noch mal ordentlich Schwefel besorgen, mein Lieben Da muss ich noch mal raus Schwefel besorgen Das geht ja auf keine Kuhhaut hier Hammer Okay Hier, ich erst mal kurz nach meinem Wollt ich da oben gucken? Nö, nö, das läuft, das läuft alles Ah, guck mal Das Soja hab ich, glaube ich, zusammen, ne? 30 60 60 Aha 30 und 30 67, 69 Okay Nochmal Bisschen Soja hier reinhängen Durch den Kühlschrank hält's zumindest mal ein bisschen länger Genau Und da war ja 2, 4 Was ist da jetzt drin schlecht geworden? Keine Ahnung, was da drin war, was jetzt schlecht geworden ist Okay Ah, Brotteig wären 83 Okay Mach ich jetzt aber noch nicht Mach ich jetzt aber noch nicht Weil ich jetzt noch mal Schwefel suchen muss Könnte ich noch mal Schwefel finden Hier in die Ecke vielleicht so da rumlaufen Noch mal ein ordentliches Paket Schwefel holen Ich guck jetzt einfach mal Ja, ich glaub ich bin hier Normal rumgelaufen, ne? Das Oxid Ja, ich glaub ich jetzt auch schon wieder bald besser So, Silizium brauch ich nicht Brauch nur etwas Schwefel Ja, hier ist gar kein Schwefel, ne? Mal gucken Vielleicht kommt da vorne Ein paar Schwefelbrocken Ich weiß jetzt gerade auf Anhieb nicht Wie viel Schwefel ihr eigentlich bräuchte Ich hab das gar nicht durchgerechnet Einfach mal was einpacken, ne? Ja, jetzt Oh, stopp Grems dich Gar kein Schwefel Null So, ja, ja Äh? Wow Okay, ich hätte am besten gedacht Dass ich da ein bisschen Schwefel hier mal find Ob er da sich Hukornex find Hätte ich jetzt auch nicht erwartet Hallo 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 Schwefel Ja Ja Okay Lass mich mal Was Beißen Wie sieht's von der Karte aus? Ja, lauf ich hier gerade gleich einmal drumherum, war Da unten, da ist nochmal Schwefel Ich komme Schwefel, bleib stehen Nicht weglaufen Jawohl Genau Schön stehen bleiben Ich brauch dich Ja, 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 ja Da ist nochmal Schwefel Ah, der kriegt doch mein Schwefel zusammen hier Oh, wieder ein paar Ponte übrig Ah, ein Klumpen Schwefel finden wir bestimmt noch Geil Nee Mich auch Kann ich auch Nee Nee Jaud Ja Jonathan Ich habe ihn nix da ist da ist der nächste brockenschwefel jawohl nämlich 400 gleich mit dem war ja perfekt ich glaube da könnte ich dann glaube ich genug herstellen ein schießpulver ich denke auch es muss ich hier noch einmal drum rum rumlaufen gott knack 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 alle kleine ein bisschen mehr schwefel mit was ich finde dann kann ich mir gleich noch mal für mich selbst noch mal munition herstellen ach ja herrlich meine lieben herrlich über 200 tage spiele ich schon das spiel nicht schlecht und ich habe noch immer keine motivation aufzuhören das habe ich so viel ja gut dann können wir tatsächlich nix mehr mit einpacken ok dann gucke ich mal dass ich relativ zügig nach hause komme und das schwefel dann gleich zum schießpulver machen kann wusch das ist auch so ziemlich bald zusammen gut 300 oxid muss ich noch mit einschleppen aber das kann ich auf dem weg zum zum ding da machen das habe ich schnell zusammen die polarbären pelze habe ich auch schnell zusammen wenn ich erstmal ein paar bären habe da muss ich ziemlich weit reisen da muss ich ziemlich weit reisen bis da unten die polarbären die polarbären Bär, was hast du denn da drin? Hast du noch mal das Fleisch? Oh ja, hier, das Fleisch brauche ich noch mal. Genau. Dementsprechend bin ich total ziemlich mal überladen. Oh ja, gleich um 10 Kilo mit dem Fleisch, ne? Okay. Wow. Das Fleisch ist ein bisschen schwierig. Ein bisschen schwer, das Fleisch. alanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalanalan bin ja gleich da ich muss noch die fische an fische besorgen ja da schiebe ich immer weiter hinaus nur bis zum ende bis zum geht nicht mehr habe eine jagdflinte mein bär ja du kannst mir sowieso nichts mehr guck mal da ist mein 4x4 häuschen kleine quadratige schüssel gemütlich ist was anderes aber es reicht es reicht im grunde genommen okay epoxid moment ja 100 epoxid brauche ich das ist gut wenn das noch mal dann kannst du hier aber ordentlich ja klasse und da warum ist nicht hier eigentlich mehl drin warum habe ich da mehl drin weiß ich auch nicht keine ahnung warum ich da mehl drin habe aber zwei vier sechs acht zehn zwölf 120 kupferparen sind da ne warte mal 100 kupferparen brauche ich da tatsächlich nur bei so viel habe ich sogar prozent mit drin und 100 epoxid 100 epoxid das ist doch kein problem boah geil habe ich das nun fast fertig aber dann ist das schluss für die heutige folge wir sehen uns beim nächsten mal wieder tschüss heidis aus back 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 back